Das Set könnte man schon als Relsmusik bezeichnen. Wir fangen in Kanada an, noch ein Stück aus Kanada, ein Stück aus Schottland und im Anschluss ein Stück aus Irland, ein Set. Danach werden wir ein schottisches Lied singen und den Rest erfähre ich dann später. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018